Pompom! 300, muss ich fassen? Ersten Head! Position! Leiden! Was ist das? Mit so vielen Leuten, das ist schon sehr eng alles. Team Death Match eigentlich? Nee, jeder gegen jeden Mann. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh nein, in so einem kleinen Raumhalle! Gibt es nur die eine Waffe? Ja, es gibt eine Waffe und... Ohhhh! What? Oh, ihr seid cool, ihr seid beide einfach eingesprochen! Oh, Bitches! Wir wollen das! Ach, Mann! F*** ey! Alter, der Kerl, ey! Ach, hinter mir spawnt? Der X2 spawnt hinter mir, ey, ich glaub's ja nicht. Ah, du bist so ein Ficker! Nein! Nein! Ali, hast du was zu sagen? Ey! Alter, von hinten, Gary, Mann! Das ist... Alte! Das war ein Hinterheimsdrawn, das ist... Alter, wer denn jetzt... Du, Wichse! Nein! Was hast du denn da gemacht? Terror, Alter! Was?! Ja! Ich will auch mal ne Granate! Weißt du, wo die Granate ist? Nicht schon wieder! Toll, Gary! Alter, ich werf Granaten wie n... Irrer! Was ist es? Nein! Oh, Eddie, du Bitch, hey! Nein! 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 Nein, du hast dich gerade nicht ernsthaft selbst... In die Luft gesprengt! NETT! Boah! Wie kann der... Boah! 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 Bis, ich will auch mal ne Granaten mehr! Musst erot sagen... WAS, WAS?! Welche Wichse... GARY, 1 Millimeter hattet der... Da sind die Granaten... Ich weiss wo sie sind... Ich hab sie gseh! HAHAHhAH Du, Wichse... Alter... Du Wichse... Nein! Nein! Hör noch auf! Wirbildung numbers... Welch stammet... Hey! Alter, Drast kämpf doch nicht in nem scheiß Dinger dazwinn! Aua! Ich bin grad da reinkomm, Alter! Oh jetzt, aber... Aaaaaaaah! Ach, das liebst du denn! Ich hätte deines Lebens gelesen! Ach, scheiße, ich hab grad nicht gesehen! Jawohl, habt doch! Ey, Junge! Was hast du denn die Spiele so, Alter? Ey, ihr seid so Mist geworden! Der knallt mich denn da von der Seite! Ey, ich bin grad missbaut und flieg schon wieder weg! Hast du das gesehen? Alter, jetzt läch' ich! Ah, hundertmal! Der läch' freih' hundertmal nach, Alter! Lass mich da nachlassen! Na, kommt doch an Aufwischschluss! Sprech' dich nicht da und rutsch' dich doch nach Hause! Lass' dich doch nach Hause! Jaaaaah! Nee! Die sind ja immer wieder weg! Nein! Da kommt der App weg! Och, er kann... Der hat so Lack, Alter, wo der immer rauskommt, oder? Na, alter Mann! Oh, ich hab' auch geschlagen, Alter! Ich weiß nicht, warum schlägt's so schnell? Ich hab' auch geschlagen, Alter! Ich habe einfach nur keine Geekle! Ahhhh, die Map ist halt der Hammer, oder? Ja, ich hab' auch geschlagen! Ich hab' auch geschlagen! Ich hab' den Fenster! Ich hab' den Fenster! Jaaa! Tausende auf Erkan, weil der sowieso gewinnt kann! ich kann nicht fahren ich bin draußen warum mein monitor voll gekostet mit kaffee alter wie geht denn das ihr habt euch doch gegenseitig vorgezogen geschweine hallo jetzt vier dinge Luka, hast du da deine eigenen Begegnung in die Schweizer gestürmt hupft? Nein, Mann! Ja, Mann! Natürlich! Nein, Mann, ja, Mann! Nein! Was machst du? Was ein enges Feld, Mann, was ein enges Feld! Ich glaub so nicht! Junge! Geil, ey! Oh, oh, oh! Nein, nein, nein! Mich hat's verkackt, aber... Nee, alles gut, alles gut, alles gut! Ich war hinter dir! Oh! Nee! Aber Basti, ich komm mal unter mir, ja! Ich komm aber auch unter mir, aber... Nein, was ist das? Wieso holt ihr so schnell auf? Das ist voll Gefallen, ey! Und weg! Oh, shit, da rein! Nein! Hör auf! Wer ist das von hinten schon wieder? Sag mal! Ich schick dich bisschen ab! Ich hör dich doch nicht! Nein! Nein! Was ist das? Nein! Äh, Juri! Ich mach nix! Ich versuch hier grad dir selber! Hey, was soll das? Leute! Nein! Nein, Mann! Ich war's nett, ich war's nett! Ja, ja, ich war's nett, ich war's nett! Ich bin von alleine! Du bist es immer, du Blitzkerrschte! Du bist es von Anfang an gewesen! Immer! Ich muss die Leute wecken! Du! 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 aber ich finde das ganze läuft relativ fair noch im moment ab eigentlich ja auch bis ich hier drin bin alle wir haben aufholen eingeschaltet er hat mir noch ein schub gegeben Alte! Achso, ja. Der passt. Trust. Ram ihn. Trust. Ram ihn. Ja, der Micha hat es echt nicht verdient hier, so wie der hier die Leute weg rammt. Geh? Ich ramm niemanden weg. Ey, du rammst die ganze Zeit. Alter, du hast ne Psychose. Ich fahr rechts vorbei, Alter. Ich fahr rechts vorbei. Ja, das hast du zu mir auch gesagt. Alter, warum schreist du so? Oh, da ist Mikro verzerrt schon. Oh. 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 Oh, ihr Schweine. Sieht da wieder vorbei. Ich komm wieder ran. Ich komm wieder ran. Oh, ne. Oh, der war vor die Hunde. Was? Oh, du Schweine. Wieso ich? Du musst halt auch mal in den Rückspiegel gucken. Ich mein, ich kann ja nicht mich unsichtbar machen. Oh, du bist ja auch. Lass mich in vorbei, Mann. Alter, Alter. Alter, Alter. Ey, Mann! Hopp, was war denn fest? Ja, ich weiß was du vorhast. Was denn? Was hab ich denn vor? 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 Verrat's mir. Eddie, du musst gewinnen. Ich hab 1000 auf dich gesessen. Was hab ich denn vor? Ey, guck mal die Blitze, schau da. Ja, die Blitze ist da. Bleib links. Bleib links. Ich bleib links. Ich bleib links. Ich bleib links. Eddie, mach keinen Scheiß. Oh, der Gott schon wieder anfließt. Oh, jetzt wird's aber... Nee! Der Kling, Alter. Nein, 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 nein! Der Kling ist raus. Der Kling ist raus. Ich hab den Punkt verpasst, Alter. Mit, wa? Du hast mich rausgeschoben. Was für ein Ding, Alter. Was für ein Ding, was für ein Ding. Leck mich am Arsch. Aber ist ein geile Schreck. Sitter bin ich jetzt, oder was? Oh, jetzt hängt's an zu regnen, Basti. Äh, Peggy. Du musst aufpassen, wegen Kripp. Jungs. Komster noch mit Kripp-Tipps. Hier ganz am Schluss. Oh Gott, was für ein Ding, ey. Leg mich am Arsch, ey. Vielen Dank.